In der heutigen Zeit finden wir unzählige Ratgeber, die behaupten, dass wir unsere Wünsche und Träume durch lebhafte Vorstellungskraft erreichen können. Und ja, da hat die Psychologie doch das eine oder andere zu sagen. Und ich freue mich sehr, Herrn Timo Stevincia vorzustellen, unseren nächsten Referenten, Psychologe und hat an der Universität Hamburg Philosophie studiert und dort in Psychologie promoviert und auch habilitiert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich zukunftsorientiertes Denken sowie Motivation und Selbstregulation. Lassen Sie sich von diesem Vortrag inspirieren und gewinnen Sie neue Einblicke in die spannende, komplexe Welt des positiven Denkens. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mehr über wissenschaftliche Ansätze und ihre Auswirkungen auf unsere Zielerreichung in diesem Bereich zu erfahren. Ich freue mich auf den nächsten Referenten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich möchte Sie als erstes einmal bitten, Ihre Augen zu schließen. Und jetzt möchte ich, dass Sie sich mal irgendetwas vorstellen, was Sie gerne erreichen würden. Also das kann ein Gegenstand sein, den Sie gerne hätten, ein neues Haus oder eine Villa, ein Lottogewinn, ein Auto oder irgendein Ereignis, das Sie gerne erleben würden, vielleicht eine neue romantische Beziehung beginnen, eine ferne Reise machen, irgendwas, was Sie sich gerne wünschen. Und stellen Sie sich den Gegenstand oder das Ereignis so lebhaft wie möglich vor. Lassen Sie die geistigen Bilder vor Ihrem Auge kommen. Und jetzt sagen Sie sich innerlich, ich bin ganz sicher, dass dieses Ereignis eintreffen wird und dass ich diesen Gegenstand bekommen werde. Und jetzt setzen Sie sich bitte noch eine Deadline, bis wann das erwünschte Ereignis bitte eintreffen sollte. Und dann können Sie die Augen wieder öffnen. Und wenn die Deadline eingetroffen ist, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail und sagen mir Bescheid, ob das, was Sie sich da vorgestellt haben, ob das auch wirklich eingetroffen ist oder nicht. Wenn es nicht eingetroffen ist, dann haben Sie jetzt was falsch gemacht. Und was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben versucht durch Visualisierung, also durch die Kraft unserer Gedanken, durch unsere Vorstellungskraft, irgendein erwünschtes Ereignis zu manifestieren. Also die Idee ist bekannt, man findet das im Internet, es gibt viele Vertreter von dieser Denkrichtung. Durch die Vorstellung eines bestimmten Ereignisses möchte man dieses Realität werden lassen. Das nennt sich Manifestierung. Und wie funktioniert das Ganze? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber es gibt das Gesetz der Anziehung. Und das Gesetz der Anziehung, das besagt eben, okay, Gleiches zieht Gleiches an. Dadurch, dass ich mir irgendwas vorstelle, wird irgendwas, was dem ähnlich ist oder was das Gleiche ist, in der Realität sich manifestieren. Exemplarisch herausgehoben habe ich hier zwei Statements, die das eben behaupten. Also hier ist einmal, thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Von Bob Proctor, zu finden auf YouTube. Oder auch, macht genau denselben Punkt. Everything that's coming to you is attracted by you. By the image you're holding in your mind. Aus dem Film The Secret. Jetzt, was stelle ich Ihnen denn hier gerade vor? Oder wie verbreitet ist denn diese Idee, dass wir durch die Kraft unserer Gedanken, indem wir uns das vorstellen, etwas herbeiführen können? Ich wusste es auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber es stellt sich heraus, das ist relativ verbreitet. Wenn Sie mal auf YouTube eingeben, Manifestierung oder Law of Attraction, dann finden Sie Dutzende oder Hunderte von Videos. Also ich habe hier ein paar mitgebracht. Attract money today. Attract anything in seven days. Manifest your life in nine days. Also wenn Sie irgendwie eine Deadline hatten von, keine Ahnung, Monaten oder Jahren, das war alles noch harmlos. Sie hätten auch ein Deadline von einer Woche nehmen können, für was immer Sie sich ausgedacht haben. Es gibt es auch, es gibt mehrere TED-Talks. Ich habe mehrere TED-Talks gefunden, die über das Gesetz der Anziehung sprechen und über die Manifestierung. Es gibt so Anleitungen, wie man das denn machen soll. Manifest everything in ten days. Von unterschiedlichen Akteuren. I'm about to change your life. Oder Manifesting for Beginners. Und wenn man sich anguckt, wie oft wird das denn geklickt? Das sind Videos, die Millionen Mal geklickt werden. Also das Höchste, was ich gesehen habe, war acht Millionen Hits. Die hier haben zwei Millionen Hit, ein bis zwei Millionen Hits. Und wie gesagt, man findet also seitenweise von diesen Videos. Und ich habe, die habe ich alle, und das sind Stunden, ich habe alle angesehen als Vorbereitung auf diesen Vortrag. Genau, alle Stunden. Genau, genau, genau. Ja, danke. Danke, danke. Man findet aber nicht nur Videos, sondern man braucht nur in eine Buchhandlung gehen und geht in die Selbsthilferegale und findet haufenweise Bücher. Hier eine Auswahl. The Law of Attraction. Manifestation in the Law of Attraction. The Law of Attraction. Your Guide to Satisfaction and Success. Manifest anything. Auch auf Deutsch, übersetzt sind viele Sprachen, hier auf Deutsch, das Gesetz der Anziehung, Gesetz der Anziehung, Manifestierung. Manche sind Spiegel-Bestseller geworden. Hier ein Spiegel-Bestseller. Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Manifestiere dein Leben. Oder auch das Buch zum Film, The Secret, auch ebenfalls Spiegel-Bestseller. Das war auf der Amazon-Bestseller-Liste, ganz oben auf Top 1 und Top 2, als es erschienen ist 2006. Und auch auf der Barnes & Noble-Bestseller-Liste. Es gibt auch den Film dazu. Der Film ist rausgekommen 2006. The Secret, also es ist eine Aneinanderreihung von Akteuren, die eben erzählen über das Gesetz der Anziehung und Manifestierung und bestimmte Behauptungen aufstellen, mit kurzen Sequenzen, wo eine kleine Bilderserie passiert. Das Ding hat 3 Millionen gekostet zu produzieren, hat aber immerhin 65 Millionen Dollar eingespielt. Man kann auch einfach im Internet mal gucken. Ich gebe mal ein, Law of Attraction, das habe ich natürlich gemacht und jeder Mann findet über 13 Millionen Hits. Und was ich auch mal gemacht habe, ich habe es eingegeben in dem Google Ngram Viewer. Also was der Google Ngram Viewer macht, jeder kann das benutzen, ist voll verfügbar im Netz, das ist die Datenbasis von allen Büchern, die im Internet verfügbar sind. Also Bücher, es geht zurück bis in den 1800 noch was, das sind die Bücher, die man eben eingescannt hat, die sind verfügbar im Internet. Und auch natürlich Bücher, die neu herausgekommen sind. Heute werden viel, viel mehr Bücher publiziert als damals 1800. Und der Ngram Viewer guckt nach bestimmten Wörtern in dieser Datenbank und kann mir sagen, ich gebe ein Wort an, wie hoch ist der Anteil von diesem Wort von allen Wörtern in allen Büchern im Internet. Und das ist natürlich eine Prozentzahl, irgendeine Nachkommastelle hinter dem Komma, weil es ist ja nur ein Wort von vielen, vielen Wörtern. Aber dann kann man eben ein oder mehrere Wörter angeben, wie zum Beispiel Law of Attraction oder Gesetz der Anziehung. Und das habe ich eben auch gemacht. Und siehe da, was man hier sieht am Anfang, also das ist hier so 1800, das können Sie leider nicht lesen, aber ich erzähle es Ihnen, hier ist 1800, da ist so 1900. Da ist der Anteil des Wortes Law of Attraction von den Wörtern auch relativ hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, aber es sind eben nicht so viele Bücher wie heute. Der Begriff kommt von 1877, es war ja erschienen das erste Mal in einem Buch. Aber man sieht, dass es dann hier abnimmt. Und was halt besonders auffällig ist, dass hier Anfang der 2000er, 2006 ist dieser Film erschienen, The Secret, und hier geht das Ding durch die Decke. Also daran sieht man eben auch, einfach als empirische Evidenz, wie populär diese Idee auf einmal geworden ist am Anfang der 2000er. Das heißt, also um die Frage zu beantworten, ja, das ist sehr weit verbreitet. Ich habe es auch, als ich unterrichte an verschiedenen Universitäten, und ich habe es auch mitgekriegt unter meinen Studis. Die erzählen mir, dass ich unterrichte Motivationspsychologie, und die kommen manchmal und sagen, ja, und sie möchten mal Manifestierung lernen, oder ob das wirken würde. Und jetzt die Frage natürlich, mit der wir uns hier beschäftigen, ist, ist das Pseudowissenschaft. Und natürlich kennen Sie die Antwort auf die Frage, sonst würde ich auch den Vortrag hier nicht halten. Ja, es sieht so aus, aber woher wissen wir das denn? Also einmal ist es nicht schwer herauszufinden, dass das Pseudowissenschaft ist. Das ist auch nicht jetzt ein großes Geheimnis. Man braucht einfach nur mal auf die Wikipedia-Seite gehen, und da steht es eben auch. Es steht eben auch da, okay, Manifestierung wird betrachtet als Pseudowissenschaft. Es steht auch explizit da, ja, die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es funktioniert, ist nicht gegeben. Es gibt keine wissenschaftlichen Evidenzen. Eigentlich sollte es kein großes Geheimnis sein, dass das Pseudowissenschaft ist. Aber es scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu sein. Ich habe nochmal geguckt, ob das Pseudowissenschaft ist. Was macht man in 2023, wenn man irgendwas wissen will? Ja, man fragt die AI. Also habe ich mal eingegeben, bei CHAT-GPT ist Manifestierung Pseudowissenschaft. CHAT-GPT war hier sehr, sehr diplomatisch. CHAT-GPT hat nämlich gesagt, Manifestation is not considered a scientific concept, so weit, so gut, in the traditional sense. The methods and claims made in the practice of manifestation often lack empirical evidence and are not widely supported by the scientific community. Manifestation tends to rely more on personal anecdotes, subjective experiences, and philosophical or spiritual beliefs. So weit, so gut. Wie gesagt, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ultimately, whether manifestation is considered pseudoscience or not depends on the context and the criteria used to evaluate its claims. While it may not align with scientific principles, it can still have personal or psychological value for some individuals. Das Letzte würde ich gar nicht mal unbedingt abstreiten. Aber es ist ja auch, er sagt auch, ja gut, es kommt halt darauf an, was versteht man denn unter pseudoscience? Was ist der Unterschied zwischen Pseudowissenschaft und Wissenschaft? Genau. Und ich werde Ihnen natürlich jetzt nicht nur mal vorstellen, was ich die AI gefragt habe und was die AI sagt, sondern ich werde auch versuchen darzustellen, ja warum ist denn das jetzt Pseudowissenschaft? Für Ihnen ist das natürlich klar. Aber ich werde hier auf vier Kriterien eingehen. Also das erste Mal wird dann überhaupt behauptet, dass es Wissenschaft ist. Denn wenn es nicht behauptet wird, ja dann macht ja auch keiner die Behauptung. Dann muss man es auch nicht widerlegen. Dann ist es auch nicht Pseudowissenschaft. Dann ist es halt einfach keine Wissenschaft. Werden bestimmte unplausibel anmutende Behauptungen aufgestellt mit einer übertriebenen Gewissheit. Auch das kann ein Merkmal von Pseudowissenschaft sein. Was sind die Evidenzen dafür? Gibt es Evidenzen, dass das jetzt wirklich funktioniert? Und lassen sich die Behauptungen denn, die diese Manifestierungsgurus aufstellen, denn lassen sie sich überhaupt falsifizieren? Weil wenn nicht, dann wäre es auch keine Wissenschaft, weniger als Pseudowissenschaft. Oder es ist ein Merkmal von Pseudowissenschaft, dass die Behauptungen, die gemacht werden, so vage sind, dass man sie auch nicht testen kann und damit nicht falsifizieren kann. Ja, wie ist es denn? Wird denn behauptet, dass es Wissenschaft ist? Fairerweise muss ich sagen, nicht alle Player in diesem Feld behaupten das. Also da gibt es verschiedene Akteure und Akteurinnen. Nicht jeder sagt jetzt explizit, dass es Wissenschaft ist. Aber es ist auch nicht schwer, jetzt die Behauptung zu finden, dass es Wissenschaft ist. Wie gesagt, in dem Material, was ich mir jetzt durchgesehen habe, musste ich nicht lange suchen, um Statements zu finden wie, it is based on science. On a scientific level, haben wir gefunden das, the steps of manifesting according to research and science, it has been proven scientifically that a positive thought is a hundred times more powerful than a negative one and scientifically proven fact and the science of manifestation. Und in der Beschreibung von dem Film, The Secret, steht auch explizit drin, ja, also hier werden die leading scientists, also die führenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in dem Feld interviewt, die in dem Film vorkommen. Also kann man sagen, ja, die Behauptung wird schon gemacht, dass das Wissenschaft ist. Wie ist es denn mit der Gewissheit, mit der bestimmte, erst mal unplausible anmutende Aussagen gemacht werden? Naja, Sie haben die Titel von den YouTube-Videos gesehen, die nicht gemacht werden. Da werden Behauptungen aufgestellt wie, attract money today. Attract anything in seven days. Manifest anything you want. It will always be that way guaranteed. Und es ist ja einfach zu sehen, dass wenn das funktionieren würde, dann wären wir jetzt schon alle Millionäre und wären alle glücklich und wir hätten alle Probleme dieser Welt schon längst gelöst. Und die Gewissheit, mit der das hier behauptet wird, ist eben auch, man sieht es an den Namen, mit denen das beschrieben wird. Also es heißt ja das Gesetz der Anziehung in Anlehnung an irgendein Naturgesetz, wie, keine Ahnung, Newtons Gesetze. Mit so einer Gewissheit wird das hier behauptet. Was sind die Evidenzen dafür, dass es funktionieren könnte? Im Prinzip wäre es ja möglich, Evidenzen zu holen. Ich bräuchte jetzt nur eine Studie durchführen, hole ein paar hundert Probanden und lasse die mal irgendwas manifestieren. Also manifestiere mal eine Villa. Und dann gucke ich zwei Monate später, ob die Villa sich manifestiert hat. Also prinzipiell kann man bestimmte Aussagen testen, die da gemacht werden. Aber ich war nicht in der Lage, eine empirische Studie zu finden. Ich habe jetzt nicht Tage versucht, eine Studie zu finden. Aber in den Datenbanken wie Google Scholar oder so habe ich nichts gefunden, was irgendwie danach aussah, dass diese Behauptungen irgendwann mal systematisch untersucht wurden. Es gibt auch keine Fachzeitschriften, die ich lokalisieren könnte, wo das veröffentlicht wird. Das heißt, die Evidenzen, die es gibt, und das stand ja auch in der AI und in Wikipedia, sind ausschließlich anekdotischer Natur. Das heißt, das sind irgendwelche Erzählungen, wo jemand erzählt hat, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, dir kennt auch irgendjemanden und dir kennt jemanden, bei der das halt mal funktioniert hat. Das heißt, das sind Erzählungen, Hörensagen oder subjektive Erfahrungen, auf denen das basiert. Hier ein Statement auch aus YouTube. There are millions and millions of success stories of people who have created their own life using the law of attraction. Ich war nicht in der Lage, diese millions and millions of success stories auch irgendwie zu finden im Internet. Aber das sind die Art Evidenzen, die herangezogen werden. Okay, und hier würden wir dann sagen, okay, das ist Hitchens' razor, was behauptet werden kann ohne Evidenz, kann auch abgetan werden ohne Evidenz. What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. Wir brauchen das eigentlich nicht ernst nehmen, weil the burden of proof liegt bei denjenigen, die so etwas behaupten und nicht bei denjenigen, die es dann widerlegen müssen. Wie sieht es aus mit der Falsifizierbarkeit? Ich habe ja schon gesagt, also prinzipiell könnte man bestimmte Aussagen da testen, also ich mache eine Manifestierungsübung und erhebe dann, wie erfolgreich das ist. Könnte ich mir eine Studie ausdenken oder mehrere, wäre kein Problem. Aber viele Sachen sind so vage, dass unklar ist, wie man das überhaupt falsifizieren sollte. Also hier ist eine Aussage, solche Ausgaben gibt es eben viele. The universe will correspond to your feelings. Was bedeutet correspond in diesem Fall? Was macht das Universum da? Wie, was bedeutet correspond mit my feelings? Manifestation trains your mind, body and spirit to align with what you want to achieve in life. Auch hier, was bedeutet align? Also wie, was, was, was sollte ich da testen? Wie kann ich denn das widerlegen? Das ist so vage, dass ich es nicht testen kann. You put your brain on a frequency. You only attract what's on that frequency. Ja, man kann Gehirnwellen messen, die EEG, die sind auf einer bestimmten Frequenz, aber was bedeutet das, die Frequenz ist in meinem Gehirn, die ist aber nicht irgendwo da draußen. Was bedeutet das, dass das da draußen, das Objekt dann auf derselben Wellenlänge ist und dadurch, dass ich das anziehe? Wüsste ich nicht, wie ich das testen sollte. Oder manifesting locates and amplifies the power inside of you. Auch sehr, sehr vage und schwammig. Genau. Und hier, viele von Ihnen kennen das auch, auch ein Merkmal von Pseudowissenschaften ist eben, es ist so vage. Und das ist der relativ bekannte Ausspruch von Pauli, es ist so vage, nicht mehr falsch. Also, weniger als falsch. Also, wir können sagen, wird die Behauptung aufgestellt, es sei Wissenschaft? Ja, häufig. Wie, mit welcher Gewissheit werden unplausible Aussagen getroffen? Ja, es werden sehr unplausible Aussagen getroffen, mit einer absolut übertriebenen Gewissheit. Evidenzen sind anekdotisch und falls die Vierzehbarkeit ist, naja, oft nicht gegeben. Manchmal schon. Ist jetzt aber vielleicht trotzdem irgendwas dran? Also, manchmal auch ein Merkmal von Pseudowissenschaften ist tatsächlich, dass manchmal so eine Funkenwahrheit drin ist. Dass eine Funkenwahrheit da ist, der dann übertrieben wird bis zur Unkenntlichkeit. Ich kann dem Beispiel geben, also zum Beispiel, unsere linke und rechte Gehirnhälfer haben schon unterschiedliche Funktionen. Es ist nicht ganz falsch, aber das wird übertrieben bis zur Unkenntlichkeit, indem behauptet werden, ja, manche Leute benutzen vor allem ihre linke Gehirnhälfte, andere Leute benutzen vor allem ihre rechte Gehirnhälfe und das ist in dem Sinne falsch, weil wir alle natürlich unser ganzes Gehirn benutzen. Aber der Funkenwahrheit ist eben da, dass bestimmte Funktionen kann man lokalisieren irgendwo im Gehirn, links und rechts. Aber die Effekte sind nicht so stark. Okay, was sagt jetzt die Wissenschaft? Genau, wie Sie auch wissen, ist es nicht gang und gäbe, dass die Wissenschaft mit einer Stimme spricht, sondern gerade, wenn man sich so an der Grenze bewegt zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann ist möglicherweise eher die Kontroverse die Regel als die Beeinstimmung. Und ich würde auch zugeben, dass das nicht immer eindeutig ist, wo die Grenze ist zwischen Wissenschaft und Parawissenschaft. Würde ich, ich würde es so sehen, ja, bei manchen Sachen können wir ganz klar sagen, okay, das ist Wissenschaft und bei manchen Sachen können wir ganz klar sagen, es ist Pseudowissenschaft oder Parawissenschaft, aber es gibt eine Grauzone, wo nicht eindeutig ist, was was ist, weil diese Prinzipien auch manchmal verschwimmen. Und ich könnte Ihnen auch sagen, wo manche von den Punkten, die ich erwähnt habe, auch auf Wissenschaften zutreffen. Und wie Sie auch wissen, ist manche Sachen, die mal Wissenschaft waren, würden wir heute als Pseudowissenschaft bezeichnen. Also bestimmte Briggs-Meyer-Persönlichkeitstests vielleicht. Korrigieren Sie mich, wenn jemand das anders sieht. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich mich, ich zeige jetzt mal meinen Finger auf die Leute vor uns, die das falsch gemacht haben. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Also das war einfach, das hat den Standards damals entsprochen und mit den Methoden, die man damals hatte, war das eben Wissenschaft. Nur haben sich unsere Methoden einfach geändert und heute würden wir das als Pseudowissenschaft teilweise bezeichnen. Oft ist es so, zumindest wenn es sich um neue wissenschaftliche Erkenntnisse handelt, wenn man in die Originalpublikationen sieht, dann ist es oft mit einer gewissen Vorsichtigkeit publiziert. Was dann die Presse oft draus macht, ist eine andere Sache. Aber wenn Sie die Originalaussagen lesen oder hören von Wissenschaftlern, dann ist es oft so formuliert, ja, hätte, könnte vielleicht die Evidenzen zeigen in diese Richtung. Also meistens ist es vorsichtig formuliert. Das heißt, diese Sicherheit, die da drin steckt in den Pseudowissenschaften, wird nicht immer so formuliert. Sondern es wird anerkannt, dass man sich auch irren kann. Die Evidenzen in der Wissenschaft gehen weit über Anekdotisches voraus. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, die hat gesagt, der hat gesagt, dann zählt das nicht als wissenschaftliche Evidenz. Sondern wir müssen schon eine Studie durchführen, wir müssen systematisch starten, erheben. Man muss aber auch anerkennen, zumindest kann ich das für mein Fach sagen, für die Psychologie, dass auch natürlich unsere Evidenzen nicht perfekt sind. Also psychologische Erkenntnisse sind probabilistisch. Das heißt einfach, wir können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Daten nicht durch Zufall zustande gekommen sind, aber es ist auch nicht so unbedingt sicher, dass ich das Ergebnis nochmal finde. Also in der Psychologie haben wir eine Replikationsrate von, wissen wir jetzt, so 40, 50 Prozent. Das ist weit von perfekt entfernt, aber es ist auch weit von nichts entfernt. Und es ist sicher wesentlich, wesentlich besser, dann das einfach nur als eine anekdotische Evidenz. Genau, und was ich sagen kann, zumindest für mein Feld, ja, unsere Konzepte sind schon hinreichend spezifisch, dass wir sie testen können. Also psychologische Fragestellungen oder Hypothesen sind normalerweise so formuliert, dass sie widerlegt oder dass Evidenzen dafür oder dagegen gefunden werden können. Okay, ich gehe jetzt auf vier Konzepte in der Wissenschaft ein, die, so wie ich es sehe, zusammenhängen oder eine Überschneidung zeigen mit Manifestierung. Es gibt noch viel, viel, viel mehr, aber die kann ich nicht hier aus Zeitgründen darstellen. Und werde mal kurz darstellen, was so die wissenschaftlichen Studien dazu sagen oder gefunden haben. Das erste sind positive Fantasien, das zweite sind Ergebnisse und Prozesssimulationen, das dritte sind selbsterfüllende Prophezeiungen und das vierte sind Ziele aus der Zielpsychologie. Genau, positive Fantasien werden definiert so als die, ich stelle mir eine idealisierte Zukunft vor. Und das ist ziemlich ähnlich wie das, was wir gemacht haben. Also ich kann meine Vorstellungskraft benutzen, so den geistigen Videorekorder, den ich habe und mir irgendwas, ein Ereignis vorstellen, was nie passiert ist. Das können wir, diese menschliche Fähigkeit gibt es, das ist übrigens ein wahnsinniger evolutionärer Vorteil. Ich kann mir sowas vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, ich mache einen Sportwettkampf und dann stehe ich, ich sehe mich auf dem Siegertreppchen stehen und bekomme die Goldmedaille. Das ist eine Visualisierung, immer gibt es Generationen, genau wie eine Manifestierung. Ist vor allem auf die Zukunft gerichtet. Aber es ist jeder Wunsch, ist auf die Zukunft gerichtet. Was sagen jetzt die Studien? Ja, hier gibt es Studien zu, also in denen Leuten gesagt wurde, ja jetzt nenn mal einen Wunsch und stell dir vor, dass der sich erfüllt und dann kann man messen. Man kann zum Beispiel messen, ja wie erfolgreich sind die Leute denn bei der Zielverfolgung, bei der Umsetzung von dem Wunsch, wie viel Anstrengung zeigen die denn, kann ich auch messen mit physiologischen Maßen oder mit Selbstbericht. Und was man in dieser Forschungsrichtung findet, das ist eben eine Forschungsrichtung, ist eher den gegenteiligen Befund. Also wir finden nicht, dass sich das jetzt positiv auswirkt, dass ich mir einfach irgendwas vorstelle, sondern die Studien, die gemacht wurden, zeigen eher in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich mir Lepa vorstelle, ich bekomme jetzt eine Eins in dem nächsten Mathetest oder ich erhole mich wunderbar nach einer schwierigen OP, dann finden wir, dass man weniger Erfolg hat. Und warum ist das so? Kann man sich jetzt ja auch fragen, wieso sollte das denn sein so? Und der Grundschein zu sein, dass naja, wenn ich mir etwas Ideales vorstelle, dass ich schon da bin, zum einen sehe ich dann keine Schwierigkeiten und Hindernisse, die passieren könnten. Also es könnte zum Beispiel den Leuten passiert sein, die den Berliner Flughafen geplant haben oder die Elbpholimonie in Hamburg. Und was man auch findet, die investieren weniger Anstrengung. Naja, weil man hat sich ja schon vorgestellt, dass man da ist. Man ist schon da. Wir sehen auch, dass die Leute sich so ein bisschen zurücklehnen und entspannt werden, wenn sie diese positiven Fantasien haben. Es fühlt sich gut an. Und wir finden auch, also Studien gibt es, wie gesagt, das ist kein perfekter Befund, aber es ist der Befund, das ist die Lage, wie ich sie momentan sehe, aufgrund der Evidenzen, die publiziert sind. Und das kann sich jederzeit ändern. Ist, naja, wenn ich mir ein tolles Ereignis vorstelle und das tritt dann nicht ein, wie fühle ich mich denn dann? Na, dann bin ich enttäuscht. Das heißt, sich das so schön auszumalen, dass es so toll ist und eintreffend wird, das kann nach hinten losgehen, weil ich dann umso enttäuschter bin, als wenn ich ein bisschen skeptischere Sichtweise gehabt hätte. Es gibt noch einen Forschungsstrang, da nennt sich es Forschung zu Ergebnis- und Prozesssimulationen, das nennt sich mentale Simulationen. Also wie ich gesagt habe, wir können Ereignisse mental simulieren, die nicht passiert sind und können die vor unserem geistigen Auge passieren lassen. Ist ein Vorteil, weil ich muss nicht warten, dass mir etwas passiert ist. Ich kann mir bereits vorstellen, dass etwas passiert und kann gucken, okay, kann mich da so auch besser darauf vorbereiten. Funktioniert auch mit Visualisierung und Imagination. Es wird aber unterschieden zwischen einmal, das ist das Ergebnis einer Handlung, also ich kriege zum Beispiel die Eins in der Mathearbeit oder ich stelle mir den Weg darauf hin. Und das ist was anderes, diese Unterscheidung macht Sinn. Also ich kann mir vorstellen, wie ich für die Mathearbeit lerne und was ich da überall mache. Das sind die Schritte auf dem Weg zum Ziel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, also in der Sportpsychologie ist das bekannt, die machen das und das ist auch sinnvoll. Also wenn jetzt zum Beispiel Bewegungsabläufe geübt werden müssen beim Sperrwurf oder Stabhochsprung oder so, dann gehen die das im Kopf durch als Übung dafür. Ich bin den Vortrag hier auch mehrmals durchgegangen und das ist eine Prozesssimulation. Das ist aber was anderes, als dass ich mir vorstelle, ah, ich habe das Ziel schon erreicht und dann ist alles so toll. Und hier findet man, zumindest auf Grundlage der verfügbaren Daten, zeigen die Ergebnisse auch in die Richtung, naja, mir das Ergebnis einfach nur vorzustellen, ist nicht so gut für meine Leistung und Motivation, aber den Prozess, Schwierigkeiten und Hindernisse sich vorzustellen, mich darauf vorzubereiten, das macht schon Sinn. Also die Leute, die das machen und da durchgehen, die zeigen schon im Schnitt auf Grundlage der Datenanlage mehr Erfolg bei der Zielverfolgung. Dann gibt es noch selbsterfüllende Prophezeiung. Das und noch ein anderes Konzept zeige ich Ihnen. Und hier ist die Idee, dass Erwartungen zur Realität werden. Klingt auch ein bisschen nach Manifestierung und ich stelle einmal kurz die Studie vor, auf der das basiert und zwar wurden Lehrkräften gesagt, schauen Sie mal, es ist zu erwarten, dass jetzt bestimmte Schüler in dem kommenden Schuljahr eine besonders gute Leistung zeigen. Das war aber völlig willkürlich ausgewählt, also es wurde gesagt, wir machen so einen Leistungstest und die Schüler haben da besonders gut abgeschnitten, die werden besonders gut sein im nächsten Schuljahr. Und siehe da, nachher hatten die Schüler, von denen die Lehrer gedacht hatten, dass sie besonders gut abschneiden werden, tatsächlich bessere Leistungen. Klingt auch nach Magie, aber wie es passiert, man kann das ganz gut erklären, hier sind tatsächlich die positiven Erwartungen von den Lehrerinnen an die Schüler zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden, weil sich die Lehrkräfte auch einfach anders verhalten haben gegen den Schülern und Schülerinnen. Die haben denen mehr Material gegeben, die waren netter zu denen, die haben denen detaillierte Anforderungen gegeben. Und da kann man sagen, ja gut, hier eine positive Erwartung kann zur Realität werden. Nun ist eine Erwartung keine Visualisierung, das ist nicht, ich stelle mir irgendwas vor, das ist einfach eine Einschätzung oder eine Vorhersage oder ein Urteil und man muss auch sagen, ja gut, der Effekt ist jetzt auch nicht so wahnsinnig riesig, also dass ich sagen könnte, einfach eine positive Erwartung führt zu wer weiß was für guten Leistungen. Es sind auch nicht alle Studien, die den Effekt finden. Der taucht manchmal auf, ist nicht so robust, aber es gibt zumindest schon Evidenzen, dass das passieren kann. Und da führen hohe Erwartungen eben zu mehr Erfolg und niedrige Erwartungen zu weniger Erfolg. Und dann gibt es noch die Zielpsychologie und da kann man auch sagen, ja, das ist ja vielleicht, vielleicht ist Manifestierung ja ein Ziel. Also gibt es Forschung dazu, weil Zielpsychologie ist ein großer Teil der Motivationspsychologie und Ziele sind mentale Repräsentationen, erwünschte Ereignisse. Also Sie haben sich bestimmt schon viele Ziele gesetzt im Leben und was dann passiert, Sie setzen sich ein Ziel, sind entschlossen, das zu verfolgen. Irgendwo in Ihrem Gehirn muss dieses Ziel repräsentiert sein. Kann man auch sagen, das hat vielleicht irgendwie eine Ähnlichkeit, klingt ein bisschen ähnlich wie Manifestierung. Das stelle ich mir ja auch in einem erwünschtes Ereignis vor. Es ist aber jetzt nicht, ein Ziel muss nicht notwendigerweise eine Visualisierung beinhalten. Also ich musste mir nicht das wirklich lebhaft vorstellen oder so. Ich setze mir ein Ziel und sage mir, okay, ich möchte gern 100 Meter in unter 13 Sekunden rennen oder ich möchte gern einen Marathon unter 5 Stunden rennen, dann habe ich mir ein Ziel gesetzt. Und das machen wir natürlich ständig und da zeigt die Forschung in eine Richtung, auch in eine Richtung, ja, es ist schon sinnvoll. Also Leute, die sich Ziele setzen, sind motivierter, die umzusetzen, als Leute, die sich keine Ziele setzen. Die sind auch im Schnitt glücklicher, weisen einige Studien darauf hin und man kann auch identifizieren, wie sollte man sich möglichst Ziele setzen. Und zumindest auf der Basis der Evidenzen, die ich kenne, wenn die Leute sagen, okay, versucht mal lieber, euch nahe Ziele zu setzen anstatt ferne Ziele, möglichst spezifisch anstatt vage Ziele und die Ziele sollten jetzt auch nicht zu einfach sein, sondern sie sollten ein bestimmtes Level an Herausforderungen schon haben. Und da kann man sagen, das ist natürlich auch keine Garantie, dass die Ziele dann erfüllt werden, aber man kann sagen, so, naja, im Schnitt von über viele Studien hinweg hat man mehr Erfolg dann, als wenn man sich vage oder unspezifische und sehr ferne und sehr einfache Ziele setzt. Was bei der Zielverfolgung helfen kann, und viele von Ihnen machen das wahrscheinlich schon automatisch, Sie brauchen nicht unbedingt einen Psychologen, der kommt und Ihnen sagt, was Sie dafür machen müssen, viele Leute machen das einfach automatisch, ja, konkret planen, wann man welchen Schritt zur Zielverfolgung umsetzt. Also wann, wie, wo setze ich mich hin und lerne was und mache was. Genau, und zumindest die Studien weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, um Ziele zu verfolgen. Ja, dann möchte ich einmal kurz zusammenfassen, was ich Ihnen alles erzählt habe. Und zwar habe ich gesagt, okay, Manifestierung, was ist das? Das ist die Visualisierung, positive Ereignisse, soll diese herbeiführen durch das Gesetz der Anziehung. Wie verbreitet ist das? Ja, ist sehr verbreitet, im Internet, in den Büchern und auch in Filmen. Ist das Pseudowissenschaft? Ja, ist es, weil es behauptet, dass Pseudowissenschaft ist. Es werden unklausible Behauptungen aufgestellt mit einer übertriebenen Gewissheit. Es gibt keine systematischen Evidenzen dafür, sondern nur anekdotische und viele Sachen lassen sich auch gar nicht falsifizieren. Ja, was würde die Wissenschaft sagen? Ja, Evidenzen würden sagen, naja, die Visualisierung idealisierter Ereignisse kann sogar nach hinten losgehen, dass ich mich dann weniger anstrenge und es scheint besser zu sein, dass ich konkrete sage, wann, wo und wie möchte ich was umsetzen, um meinem Ziel näher zu kommen. Und ich will dann mit einer Anekdote abschließen, weil ich hatte Ihnen ja gesagt, unter meinen Studis ist das weit verbreitet, dass die, wie ich bemerkt habe, die kamen dann, ich habe das gemerkt, für dieses großes Ding, die benutzen das auch und sind davon ausgegangen, dass das effektiv ist und die kommen auch manchmal zu mir und fragen mich dann, Herr Seewinscher, ja, wie soll ich mich denn am besten auf die Klausur vorbereiten? Und ich will dazu sagen, ich habe sehr, sehr engagierte, sehr interessierte und auch sehr clevere Studis. Und meine Antwort ist dann nicht, ja, nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit pro Tag und stellen Sie sich vor, wie Sie die Bestnote schreiben werden, sondern meine Antwort ist, okay, machen Sie ganz klar, wann, wo Sie sich hinsetzen wollen und was Sie für die Klausur vorbereiten möchten, um sich für die Klausur vorzubereiten. Genau, und damit bedanke ich mich und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sorry. Oh, danke.